Diese Frau kommt aus dem Land des Lächelns. Weil Fuyuko Tachizaki vor ein paar Jahren nicht wusste, was sie während der kalten Wintertage in ihrem Heimatort Honschu anstellen soll, hat sie sich auf die Skier gestellt. Gestern feierte sie ihren 27. Geburtstag, verbunden mit vielen kleinen Überraschungen. Eines der Präsente? Eine Rakete, also schnelles Ski. So mega schnell war sie vergangene Woche im Massenstart noch nicht unterwegs, aber treffsicher. Der Lohn, ihre beste Weltcup-Platzierung, Rang 10. Michael Grossecker, Mitarbeiter einer Skifirma und ein guter Freund von Fuyuko, weiß um ihr Erfolgsrezept. Ich glaube, das war das Essen meiner Frau während der Weihnachtstage. Grosseckers Frau, ebenfalls eine Japanerin, hat Fuyuko mit heimischem Essen verwischt. Ja, das war sehr lecker. Seit Mai ist Fuyuko mit Herrn Tachizaki verheiratet, ebenfalls ein Biathlet. Allerdings nicht so erfolgreich wie seine Ehefrau. Damit wir mehr über Fuyuko erfahren, nutzen wir den Telefon-Joker Grosseckers Ehefrau. Sie dolmetscht, denn unser Japanisch und Fuyokus Englisch sind etwa auf einem Niveau. Wir erfahren, dass Fuyuko die Strecken von RuPauling mag und kein Heimweh hat, auch wenn sie 49 Wochen im Jahr unterwegs ist. Schließlich ist ihr Liebster ihr ständiger Begleiter.